Quiche Laurent. Und wie dieser wunderbare Party-Snack funktioniert, seht ihr in diesem Video. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Und das Beste ist, die schmeckt am nächsten Tag fast noch besser. Die Zutaten sind schnell erklärt. Für die Quiche brauchen wir einen Teig. Und zwar einfach nur aus 250 Gramm Mehl, 405er. Einem Ei und 160 Gramm eiskalte Butter aus dem Kühlschrank, deswegen liegt die auch nicht hier, und einer Prise Salz. Und außerdem Gemüse eurer Wahl. Ich möchte jetzt hier so ein bisschen was Buntes haben, deswegen habe ich ein bisschen Frühlingslauch, ein Brokkoli, ich habe eine kleine Karotte und damit da ein bisschen Power drin ist, habe ich zwei wirklich ganz milde Peperoni und ein bisschen Zwiebel und Knoblauch. Das war schon. Speck ist optional, du kannst das Ding auch wunderbar vegetarisch machen. Speck bringt halt noch eine feine Note. Und dann später müssen wir halt die Soße machen und die besteht zum einen Teil aus Sahne und zum anderen Teil aus Eiern. Und wir haben hier noch einen wunderbaren Bergkäse, den reiben wir nachher oben drauf. Das war es schon. Wir starten mit dem Teig und das geht am allerbesten direkt auf der Arbeitsfläche. Dann machen wir uns hier so eine kleine Mulde. Und in die Mulde geben wir das Ei direkt da drauf. Oh, guck mal da, Vulkanausbruch. Und im letzten Moment holen wir die Butter raus, die 160 Gramm. Und ein kleiner Tipp, damit die sich jetzt schön schnell verteilt, reibe ich die Butter auf der groben Reibe da einfach drauf. Dann ist sie kalt, aber trotzdem in kleinen Stücken. So, ihr seht schon, das geht röcki zucki. Versucht es bitte nicht auf der feinen Reibe, das könnte zu lange dauern. So, das sieht doch richtig lustig aus hier, oder? So, und das machen wir jetzt mit den Händen mal eben zu einem relativ schnellen Teig. Alles zusammen. Und was wir dann nicht vergessen dürfen, die Prise Salz. Und die macht mir die Carmen jetzt da mal eben drauf. Hätte ich natürlich auch schon vorher reintun können. Wichtig ist nur, dass wenn ihr ihn jetzt gleich zusammengeknetet habt, dass ihr den nochmal in Folie einschlagt und wenigstens nochmal eine halbe Stunde kalt stellt. Klatsch. Einmal einschlagen, rein in den Kühlschrank. Der Teig ist kaltgestellt, haben wir genügend Zeit, den Belag vorzubereiten. Und wir nehmen heute halt Speck. Und den braten wir schon mal zärtlich aus. Auf mittlerer Hitze, und man sieht sofort hier, der fängt direkt das Schwitzen an. Sehr schön. So, das soll er auch. Keine großen Röststoffe, sondern wirklich nur das Fett. Da wollen wir ran. So, und in der Zeit, wo der Speck dort ausbrät, schneide ich mir einfach meinen Knoblauch schon mal in möglichst feine Stücke. Und die beiden kleinen Zwiebel, die schneide ich auch einfach nur in Würfel. So, der Speck ist eindeutig ausgebraten. Und jetzt kommt hier Carmins Lieblingsbrett, weil das kann man so schön zusammennehmen, ne Carmen? Ja, das hält nicht zu warm. Ja, dann brauchst du, wenn ich hier koche, nicht so viel fegen. Sag das doch einfach. Ach, das sind so diese subtilen Hinweise, die ich hier auch manchmal bekomme. Knoblauch wie immer zuerst in die Pfanne. Und den lassen wir auch so ein bisschen mit angehen, dass der so ein bisschen duftet. Und wir geben dort die Zwiebeln drauf und lassen die ebenfalls ganz zärtlich auf halber Kraft hier mit schwitzen. Und in der Zwischenzeit schneiden wir schon mal das weitere Gemüse. Ich habe sie jetzt einfach gefittelt. Und jetzt schneide ich sie so in kleine Stücke, weil sie bringt uns Geschmack und in erster Linie natürlich auch noch eine schöne Farbe. Und direkt hinein. So, und auch die Karotte eben mit anschwitzen. Wir haben ja schon ordentlich Salz durch den Speck in der Pfanne. Trotzdem gebe ich noch ein bisschen was dazu, weil wir werden nachher auch noch mit ordentlich Sahne und mit dem Ei arbeiten. Und das nimmt uns ja furchtbar viel weg. Und da darf jetzt auch gleich ein bisschen Pfeffer dazu. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Lecker! So, in der Zeit, wo die Karotten dort vorgaren, bereite ich mir schon mal den Brokkoli vor. Pflücke ich mir die alle so ab. Und wenn ich da so ein paar Stiele dabei habe, so wie hier, die schneide ich mir einfach in kleine Scheiben. Nicht wegschmeißen, die dürfen da gerne mit hinein. In meiner kleinen Gemüseauswahl ist zweifellos der Brokkoli derjenige, der als nächstes in die Pfanne kommt. Einfach hinein. Einmal mit unterschwenken. Und auch das nur ganz leicht anschwitzen, weil das Ganze geht ja später nochmal in den Ofen. Schneiden wir schnell den Lauch. So, den frisch gewaschenen Lauch, den schneiden wir auch einfach so in Ringe. Nicht zu klein, weil wir wollen ihn hinterher noch wiederfinden. Und der Frühlingslauch kommt ebenfalls oben drauf. Und die kleinen Peperonis hier, die schneide ich mir so in solche Streifen. Und dann einfach in grobe Würfel, weil ich mag das eigentlich gerne, wenn man da nochmal so drauf beißt, dass man noch so einen kleinen Überraschungseffekt hat, dass da noch ein bisschen was Würziges ist. So, und auch die kleinen Scheißhäckchen sind da jetzt auch drinne. So, fertig. Bloß nicht verkochen lassen. Es soll nur angeschwitzt werden, weil Garen tut es gleich im Ofen. Kümmern wir uns jetzt weiter um den Teig. Und unseren harten Teig, den rollen wir jetzt zu einer Platte aus. So, und dann nehme ich mir die Hälfte des Teiges, lege ich den einmal so übereinander. Dann kann ich ihn besser transportieren. Und wenn das Ding jetzt nicht ganz gleichmäßig hier reingeht, ist ja bei diesem Teig überhaupt kein Problem. Weil wir können das Ganze jetzt wunderbar mit den Händen formen. So, 250 Gramm Teig mit der Butter. Perfekt, oder? Jetzt haben wir unser Gemüse. Jetzt müssen wir noch die Liaison machen. Und zwar ein Teil Sahne, ein Teil Ei. In vielen Rezepten wird das Gemüse jetzt hier draufgegeben und dann mit der Soße angegossen. Das geht viel besser, wenn wir das in der Pfanne vermischen. Dazu geben wir zuerst einmal unsere Volleier, die fünf Stück, in die Sahne. Auch hier gebe ich gleich ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Das Ganze schön miteinander verquirlen. So habe ich früher Feuer gemacht. Und meine Pfanne ist jetzt zwar noch warm, aber sie ist ausgekühlt, weil ich hatte ja ein bisschen zu tun mit meinem Teig. Und da gieße ich jetzt meine Eigelb-Sahne-Mischung einfach oben drauf. So, das Ganze können wir einmal verrühren. Und das ist eben der große Vorteil, dass sich jetzt wirklich die gesamte Füllung für meine Quiche miteinander vermischt. Und dadurch haben wir nachher einen ganz anderen Halt, als wenn wir es nur drüber gießen würden. Und das Ganze kommt jetzt auf den Teig. Schau mal, wie gut das funktioniert. Die Menge ist perfekt, ne? Die Menge ist einfach super. Schau mal, es passt ganz, ganz genau. So, und da reiben wir jetzt noch ein bisschen was von unserem Bärkäse rüber. Das bringt uns nachher beim Backen eine schöne Farbe. Und ihr seht, das muss gar nicht viel sein. Und dieses appetitliche, kleine Abendessen kommt jetzt in den Backofen hinein. Und zwar um Luft. 180 Grad, 40 Minuten. Punktlandung, Carmen. Ist sie schön oder ist sie schön? Oh, und sie duftet. Und kleiner Test, da kann man vorsichtig mal so, wenn das hier so schön fest ist, wenn das Ei gestockt ist. Perfekt. Wir lassen es noch einen ganz kleinen Moment auskühlen. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir sie auch rauskriegen. Also, sieht jetzt relativ langweilig aus, oder? Ja, aber dass das jetzt endlich angeklebt hat und so, das ist schon schön. Naja, bei der ganzen Butter da drin, ne? Jetzt stürzen wir sie direkt aufs Brett. Das ist aber echt Leben am Limit hier. Das ist Leben am Limit. Uh! Und schauen Sie da! Wow, das ist meine Kieschenrein. Das ist ja auch ein bisschen wie bei Zirkus Rond Kalli. Jetzt wollen wir sie mal anschneiden, unsere Quiche. Mein Gott, bin ich gespannt. Ich auch. So, ich viertel sie erst einmal. Und diese Momente kannst du bei 5000 YouTube-Videos nicht faken. Wow. Oder? Was sagst du? Das sieht doch wirklich gut aus. Quiche-Laurin und wie sie noch dampft. Super saftig. Super aromatisch. Durch das ganze Gemüse auch richtig schön frisch. Und es hat durch diese kleinen Peperoni wirklich auch eine angenehme Schärfe. Einfach toll. Also, so was Leckeres. Wer findet, dass dieses Rezept ein Däumchen nach oben wert ist, der möge es uns geben. Schaut mal bei Instagram vorbei und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich esse weiter und Carmen möchte euch noch was sagen. Wir haben euch lieb. Das stimmt. Tschüssüss. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.